Mein YouTube schenkt Ihnen wieder einen Tag zu einer neuen Folge. Adventskalender 2022, Türchen Nummer 7. Wir bauen, nein sieben, wir bauen den Fendt F20 Diesel Ross mit Mähwerk. Ich freue mich happy. So, der Luca geht mal eben das holen und ich muss euch mal kurz erzählen. Also, warum habt ihr keine Folge gesehen heute Morgen? Ganz einfach, wir haben es gestern einfach zeitlich nicht geschafft. Jetzt machen wir es und ihr kriegt die Folge jetzt zu sehen. Und die nächste Folge dann morgen früh wieder um 8 Uhr für euch. Sorry, tut mir leid, aber ist leider was dazwischen gekommen. So, mein Schatz, dann wollen wir doch mal gucken hier. Ja, aber dann kommt die nächste Folge. Dann wollen wir uns mal wieder die Finger brechen. Und du hältst das mal fest hier kurz. Denn der Papa muss das mal einmal richten hier. So, und wir versuchen es jetzt mal so, ihr Lieben. Und dann, das war not good, mein Engel. Nee, das war not good. So, genau. Du holst das mal da raus. Und der Papa macht das hier. Fertig eben. So. Und dann gucken wir mal Tütchen Nummer 7 uns an. Okay? Tütchen Nummer 7. Ich hatte es schon mal bereit. So, also irgendwas... Boah, irgendwas nervt mich gerade hier. Moment. Gib mir mal eine ganz kurze Sekunde, ihr Lieben. Weil so soll es natürlich nicht sein. So, also wir haben wieder 1, 2, 3, 4 Teile in der Tüte Nummer 7. Das wäre die. Und dann müssen wir da hin. Ganz genau. Nee, so war richtig. So war richtig. Und dann ganz nah. Na, so. Ganz nah da oben ran. Und knippt. Sehr gut. Nee, den nächsten wieder. Vorsichtig, ne? Du musst das nicht so weit nach hinten schieben. Aufpassen, aufpassen. So, jetzt machen wir einmal so rum. Papa hält das da fest. Weiter nach unten, weiter nach... Warte mal. Nee, wir machen es... Wir machen es so rum. Jetzt. Na, langsam zumachen. Langsam. Sehr gut. So, das war nochmal 1. Darf ich gucken? Weil, okay. Also, einmal... Ah! Da, genau. Hast du deinen Präzisionsblick ausgepackt? Ja. Na, das hört sich ja gut an. So. Und los. Ah, sehr gut. den Superblick, ne? Ja. So, dann machen wir hier oben erst. Will der nicht? Will der nicht? Darf ich mal? Ja. Danke, Finger und Arm weg. Das klappt diesmal nicht. Superblick. Ah, diesmal wollte der Superblick nicht? Nee. Warte, ich mach den kleinen hier auch noch, okay? So, jetzt darfst du wieder nehmen. Moment, Moment, Moment. Superblick aktivieren. Genau. Und den Superblick einmal aktivieren. Langsam und feste. Da. Guck, hat geklappt. Superblick. Genau, mit dem Superblick. So, jetzt. Nächster Teil. Der ist anderseitlich. Und da. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie funktioniert das hier. Genau, kannst du wegpacken. Brauchen wir nicht mehr. Gleiche, aber bestimmt. Äh. Hä? Was? What is that? Ich kapier's nicht. Okay. Also. Hier war einmal. Das. Das musst du hier. Ja, das kannst du bitte dann noch stehen lassen. Warum? Weil wir nicht so feste hinfallen lassen. Okay. Oh, guck mal, hier ist noch was dran. Ey. Das hab ich nicht gesehen. Oder? Warte mal. Superblick. Warte mal. Doch. Da oben. Warte, wieder. So. Wieder der Superblick. Okay. Geben wir halt wieder auf die Pimpernel hin. Warte. So, wartet mal ganz kurz. Wir gucken jetzt mal. Habt ihr das? Nein. Ihr habt's nicht gehört. Okay. So. Also. Wir haben den. Der muss so rum. Dann haben wir den. Äh. Und jetzt fehlt uns ein Teil. Wo ist das hin? Ein ganz dünnes, Luca. Ein ganz dünnes, kleines. Da liegt er. Okay. Wo war der? Mir keine Ahnung, was das war. Doch, wir brauchen den. Also, den. Finger weg. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Und ich muss aber auch gucken. So. Das kommt gleich so. Wo? Wüsste ich nicht. Ich auch noch nicht. Also, das kommt da hin. Na. Nicht, 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 nicht. Das? Wie musst du denn? Kommt das dazwischen? Kommt das da hin? Äh. Nee. Das kann nicht da. Das muss da sein. Oh. Und das Teil. Darf ich das mal haben? Äh. Äh. Loslassen. Loslassen. Weil das. Guck mal. Das ist ganz dünn, ne? Und diese ganz dünnen. Darf ich nicht. Ja, pass auf. Ich erkläre dir das. Ja. Zuhören. Guck mal. Du siehst. Du siehst, wie dünn das ist? Meine kleine Meckerziecke. Meine kleine Meckerziecke. Meine kleine Meckerziecke. Danke. Das tut weh im Ohr. Ich zieh dich gleich die Hose runter. Du ziehst mir gleich die Hose runter? Bäm. Jetzt würde ich aber lieb sein an deiner Stelle, mein Schatz. Warum? Wenn ich... Ich das so. Oh. So. Hä? Wo muss denn das... Ah, Moment. Das muss... So. Hä? So. Nein. Gehst du da jetzt rein? So. So. Also, das muss nach unten. Dann kommt das da rein. Dann kommt das da rein. Das kommt... Na. Dahin. So rum. Machen wir mal. So. Dann kommt das... Äh... Da... Und das... Kommt das jetzt da drauf? Äh. Ich hab keine Ahnung. Warum kriege ich... Warum kann das da nicht drin liegen, dann? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was darf ich mich doch veräppeln? Nee. Darf ich nicht. Der geht doch nicht mal. Sag mal. Die kleine... Na. So. Und jetzt... kommt der da drauf so was machst du das schon wieder für einen blödsinn ich habe das genau gesehen weil du hier deinen arm bewegst was hat er wieder gemacht schreibt das mal in die kommentare schreibt das mal unten in die kommentare was der kleine furzknoten hier schon wieder gemacht hat doch mach das mal ich möchte das wissen und danach gucke ich das video jetzt bräuchte ich mal bitte hast du ich muss mal was gucken ok so nein jetzt brauche ich das teil langsam und vorsichtig weil das sonst auseinander geht weil ich was wissen wollte ich war mir gerade nicht mehr sicher mit dem datum mit dem tütchen die nummer 7 war ich mir nicht mehr sicher ich war bei nummer 8 irgendwie heute keine ahnung warum ich habe gedacht wir haben heute den 8 aber nein haben wir ja nicht ist der siebte es ist der siebte so also erst bin ich ein op jetzt bin ich verrückt ich habe einen dicken wams was kommt denn noch alles so jetzt lass uns mal hier gucken da bin ich die helfe doping nein wo das reinkommt also das müsste jetzt theoretisch ok lass uns mal bitte gucken auf ah das muss oh nein oh jetzt hat sich das ding da gelöst so also das da kannst du das mal festhalten bitte so hä luka liegt da irgendwo was schwarzes rum bitte bitte gucken oh nee nee wir bewegen uns jetzt erstmal noch nicht bitte so wir gehen jetzt erstmal mit dem was ist groß was warst du denn das ist halt die große Frage ne wo ist das auch der Fall hä wo soll das wie soll das denn funktionieren das soll da ach das muss da hin ich habe es gefunden sehr gut das war da ok jetzt musst du mir aber einmal bitte ne so wo war der wo hast du das geh mal bitte her ja ok ich du hast doch geguckt ja aber du nicht du musst dann besser bessere auten habe ich bräuchte mal bitte die zange warum weil da was dran ist was da nicht dran gehört ich seh da nichts ja ich aber wo war das so da deswegen hat das auch nicht gehalten deswegen hat das nicht gehalten so bitte nicht wackeln nicht wackeln was denn was ist das denn was ist das nicht wackeln ne ernsthaft bitte mein Schatz du bist hier der Clown ich bin doch kein Clown Papa nein nein was erzählst du heißt das was erzählst du da was ich erzähle ja ganz viel Unfug so wo ich glaube du gehst mal bitte einmal runter aber ich brauche ich brauche gerade ein bisschen ähm warte komm pass auf ich sag dir warum der du du wackelst so viel du bist nämlich eine ganz kleine unruhige Batze so jetzt müssen wir nein bleib hier du kannst ja jetzt gleich wieder mein Hasi ach da ich sag ja immer wieder er hätte Mädchen werden sollen aber er glaubt mir ja nie dass er eigentlich Mädchen werden sollte immer sagt er nein Papa das stimmt nicht jetzt fängt er an zu schnaufen als ob er meint ich werde wütend wisst ihr kennt er das und dann und dann auf einmal fängt er an zu bellen wie ein Hund und danach kommt die Katze Leute ich sag euch dieser Trecker dieser Schlepper hier macht mich gerade so ein bisschen wahnsinnig und der Junge der da vorne sitzt ja macht mich auch wahnsinnig so so und jetzt versuchen wir das Teil mal hier dran das kleine dumme Teil hier dran zu machen weil ey ganz ehrlich das kleine Teil musste ich hier dran machen das hat nicht gehalten okay aber wir haben trotzdem jetzt haben wir wieder ein Problem habe ich vergessen hier das neue Teil durchzustecken so nein so wir haben Click and Easy gemacht wir haben Click and Easy auch gewonnen also und damit sind wir am Ende unserer Folge komm wir machen das mal so ein bisschen hoch wieder hier meine Lieben damit sind wir am Ende der Folge wir haben jetzt ein neues Teil hier unten dran aus was aus vier Teilen besteht und haben es jetzt dran montiert mit allen anderen Sachen auch und von daher war es das jetzt gibt es nur noch eine einzige Sache die der Luca euch sagen will genau zuhören bis dann euer Kolke und Luca tschüss 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 tschüss